So, willkommen zurück zu Investigator. Dann machen wir auf jeden Fall erstmal hier spritzige Speiter. Sehr hell, auf jeden Fall. Na ja, erstmal gucken hier, wohl lang. Ich hab zwar hier mit der Sonne zu kämpfen oder mit dem Ich-Tür, aber... ...das ist egal. Alter, ein bisschen kaputt würde ich sagen. Ja, und man kann hier nicht rennen, ey. Überhaupt nicht. So... ...das ist gut für euch. So, was dann bei dir? Aha. Irgendwas für den Stromgenerator... ...das zu... ...ja... 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 ...da kann mal spannend, was da noch passiert, oder? da ok kurs verlassen Ah, zu, Alter. Ah, sieht nur Schwung hier. Das wird im Scheiß-Kontrolle nicht hier, Alter ist mir unerklärlich hier. Ah. Oh. Das ist wie kann der Gebilde, das ist. Oh. Gehen jetzt hin. Dann werden wir noch nicht aufhören. Dann werden wir noch nicht aufhören. Das müsste eigentlich müssen werden. Nope, sorry. Läuft stabil, was haben wir jetzt zur Zeit? 70 frames, 71. Ah, läuft. 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 Ja, das passt ja. Ah, nicht die Scheiße. Kommt da gar nicht vorbei. Mh, bitte lassen. Muss ich schon übergeben, oder? Scheiße, kann ich gar nicht mehr. Oh, bitte lassen Sie nicht. Ach nee. Ja, aber... Ich hab' die Scheiße, was du meinst, kann ich gar nicht mehr hier sein. Das ist ein bisschen backig. Ich hab' die Scheiße. Ich hab' die Scheiße. Ein bisschen mal joh. Ist das okay? Alles klar. Oh, aber ich habe davon gehalten. Das ist ein Dusses in der Lachen. Ach, nennah. Scheiße. Juck. Alles klar. Na, verpisst euch halt an Tricksflüchern. Ach, jetzt hab ich jetzt mal eine Sprungaktion hier. Oh, was. Dispulg nok. Ach, nur einmal aus dem Fleck zu können. Oh, wir einmal aus dem Fleck zu sprechen. Oh, ich bin jetzt gut. Ach, ich bin jetzt mal von der Übertragum. Ach, das ist gut. Was ich jetzt hier? Oh, ich bin überhaupt nicht. Ach, du bist. Ach, ich bin jetzt mal von der Übertragum. Ach, ich bin jetzt hier. Blastend. Haaah, gut mal ne. Wie soll denn dahin kommen, bitteschön? Leg' mir's wieder runter und mach' den Exit. Das ist richtig belastend, ey. Wenn du hier blendet, Alter, sieht's gar nix, ey. Das ist einfach mal Tatsache. Komm, Alter. Level 6 plus 10 Grad. Komm, Alter. Komm, Alter. Komm, Alter. Scheißvieh. Keine Taschen ab und nix, ey. Komm, Alter. Oh, Mann. Oh, das schaut schon mal geil aus, ne? So, dritt ich noch hier, Alter. Ah. Shit, Alter. Gar nicht mit dir kriegt. Geh, Alter. Ah, je. ein bisschen ein bisschen ein Norde Norde man hat 8 Euro kann man auslöscht Okay, now I'll be able to get to the top. Was? Na, na. Benig, den hier, eh? Glauben es nicht zu sehen. Was ist das? 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 Level Nummer 7, Minus 10 Grad. Machen wir auf jeden Fall in der nächsten spritzigen und sauberen Runden weiter. Bis dann.